ganz schön viel los hier in der großstadt heilige scheiße überall fahren die bahn lang und ja ich würde auch sagen es wirkt fast ein bisschen dunkel aber das ist natürlich ein schmelztiegel städte die so schnell gewachsen sind hier und den wilden westen sozusagen zivilisiert haben so wir wollen mal hier vorne rum schneidern hier ganz kurz bei eben rumschlawinern hier in dieser wunderbaren stadt denn hier gibt es jede menge missionen und wir müssen ja eigentlich immer noch nachforschung anstellen was mit unserem lieben kleinen jack passiert ist ja der junge wurde aus unserem lager entführt und dann an einen italiener abgegeben und ich habe keine ahnung wo er steckt das werden wir vielleicht noch rausfinden jetzt hier aber erst mal hier vorne noch eine kleine nebenmission mit den straßenjungen und da renne ich jetzt mal vorbei eben weil es interessiert mich doch schon und er ist die wahrsein klaut er das kruzifix was sind das für langfinger Jinger, ey. Uns haben die auch schon bestohlen. Da vorne. Da vorne sind sie lang. Es war bald über alle Berge, der Kleine. Du hast es nicht verdient. Der haut schon wieder? Jumme. Oder hat der jetzt gerade gedroppt da vorne? Achso, ich hab's gar nicht mitbekommen. Okay. Hey, du willst ein paar Kompany, Mister? Nein. Du bist sicher? Hey, ich weiß dich. Das ist Darlson. Oh, nein. Nicht dich. Geh weg. Jetzt. Hilfe. Hilfe. This man is bothering me. Someone help me. Officer, Hilfe. Mrs. Downs. Oh mein Gott. Wie ist der Tiefe abgerutscht? Okay, jetzt Vorsicht. Hier schnell irgendwie durchkommen. Wegen Unruhestiftung gesucht. Tot oder lebendig? Was soll das? Das ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Okay. Hey Jungs, alles gut? Oh, ey, das freu ich gar nicht. Nee, sorry. An versehen. Wollt eigentlich nur so schön mit euch reden. So ein bisschen unauffällig. Weiß uns sicher auch noch eine Waffe. Nee, 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 nee. Alles gut. Wir würden uns so schnell keiner mehr finden. Okay, vorsichtig. Sollen zur Schwester zurück. Ohne die Gesetzeshüter zu alarmieren. Wow. Die rennen hier aber überall rum. Schade, jetzt geht's nicht über die Dächer. Kein Assassin's Creed. Geht ja nicht so überhaupt. Nee, ne? Hey. Hier noch vorbei. Okay. Das hat geklappt. Mr. Morgan. Excuse me, Father. Sister. I got your cross. You didn't. Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who might have said? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is... Greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but... My mother gave it to me when I was a novice, shortly before she passed. You are the most wonderful man. Well, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? Brother Dorkins, Lord. I told you. Brother Dorkins was fantastic. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Haben wir noch ein bisschen was vor. Haben wir eine kleine gute Tat absolviert, meine ich, zwischendurch. Oh, hey. Sie ihn auch natürlich, ne? Guten Tag, ma'am. Guten Tag. Du bist ja aber ziemlich dunkel. Hallo? Herr Minister. Hallo? Hm, eben haben Sie mich noch gesucht. Jetzt fällt, weil ich Ihnen nicht mehr aufscheibe, ne? Das sind ja Polizisten hier. Kein Wunder, dass hier so viel Kriminalität herrscht. Hier haben wir noch einen Steckbrief. Insgesamt sollten wir aber unser Kopfgeld hier loswerden. Das wäre doch ganz ratsam. Hm. Hier vorne können wir das machen. Die Postmeisterei. Und der mag uns nicht. Dieser Gesetzeswüter, der mag uns nicht. Okay, dann greiten wir am besten. Rossi? Da kommt Rossi angetrabt von irgendeinem Wege. Obwohl wir hier auch zu Fuß lang gehen könnten, theoretisch. In der Stadt ist so ein Pferd eh manchmal ein bisschen problematisch. Komm, joggen wir hier mal lang. Oh, jetzt wird es Nacht. Und das ist das Jade-Drachen-Restaurant. Hier ist dieser Gesetzeswüter. Den können wir wohl umgehen, ganz einfach. Man kann hier einfach so lang, oder? Ich doch jetzt nicht. Ja, dann nicht. Ich will ja zum Postmeisterreich. Ich will ja mit Kopfgeld loswerden hier, ne? Hm, Zug ist zu spät. Ganz neues. Oh, da sind wir viele. Das können wir gar nicht loswerden, das andere. Doch, ist alles gut gegangen. Sehr schön. Was hier los ist in der Bahnstation, ne? Sieht auch schon mal ganz anders aus, als die auf dem Ländchen. Okay, sorry, Mann. Also chill mal, einen ab. Okay, da haben wir die Mission erledigt. Und jetzt wollen wir uns mal eine richtige Mission wieder wagen. Jetzt haben wir hier die kleinen Nebensachen alle, glaube ich, ganz gut gelöst. Und jetzt geht's hier rüber zu Dutch, denn wir wollen ja, ey, den Jack finden. Darum geht's ja eigentlich. Obwohl wir lauter Nebenmissionen. Aber ein bisschen entdecken muss ja sein. Haben wir jetzt gemacht in der Stadt, ne? Merk mal Platz. Sorry, ey, wenn er sich so blöd vor unser Pferd stellt, ist er selber schuld. Hilfe? Habe ich da Hilfe gehört? Von der Gasse da. Okay, da kommen wir am rechten Zeitpunkt. Dann haben wir den Herrn mal. Dann haben wir ihn mal gerettet, ne? Dann haben wir kurz mal 10 Dollar abgegrabbt. Können wir gebrauchen? Oh. Aufgestoßen am Pferdchen. Okay, weiter geht die Reise. Gucken wir mal gerade hier rum. Von Dutch Vanderland. Wie gesagt, wir suchen immer noch den kleinen Jack, der entführt wurde. Deswegen sind wir überhaupt in diese Stadt eigentlich gegangen, wenn wir ja so viele Nebensachen noch erledigt haben und ein bisschen erkundet haben. Und Informationen zum Verbleib von Jack gesucht haben, der von diesem eben Italiener da gefangen genommen wurde. Beziehungsweise an diesen Italiener verkauft wurde. Und jetzt bin ich gespannt. Angelo Bronte, so heißt er gut. Da sind wir. Ihr boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much. Just these some slick little greasy-haired Europeans with clearly got power and money. Now, listen, if we go in there and start shooting up the place, the boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, you're gonna have a lot of protection. No one's gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm him. Trust me. This the place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir, we have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. You looking for a problem? I got this. Interessant. Don't worry, boys. We come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. We both? Let's go. Angelo, ready? Who are those bullies? I'm here for Pichotto. With the bandits? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor are you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath, and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone, and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business? We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. I love you. I'm beautiful. Yeah, I'm beautiful. I'm beautiful, wasn't it, wasn't it? I'm beautiful. I'm beautiful. Dutch Vanderlin. Arthur Morgan. My pleasure is mine. John Morrison. All mine, please. So, uh, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. No, no, no. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. That is a fine place for it. The best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. The thing is, they see my men. Of course, they run them out. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. Vanderlinde. And you tell me more about my manners. Salute. Salute. Na gut, hätte es schlimmer enden können. Auch wenn es natürlich, hm, naja. Angelo Bronte. Grave robbers? You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? We don't even know where Jack is. Listen. We found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. Jack, I hope he's okay. He'll be fine. I figured the Braithweights were going to hold Jack Branson. For all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithweights left to pay him. Jack ain't much used to him anymore. Let's just get this done and let Dutch handle the rest. I just hope you're right. Okay. I think this is it. Keep it down. Let's hitch your horses up ahead. Okay, Rossi, wir sind gleich wieder da. Jetzt wird's interessant. Oh, oh. Undead Nightmare. Kennt das noch wer? Red Dead Redemption Undead Nightmare. Könnt ihr auch auf meinem Channel gucken, falls ihr es nicht kennt. Mit den Zombies. Suche den Friedhof nach Krapul. Okay. Kommen wir uns mit her. Don't want them to bolt on us. Aber einen schönen Friedhof haben sie. Hier, mal gucken. Können wir überall sein, natürlich, Grabräuber. Donner ist da drüben. Oh, jemand. Das war er. Oh Gott, guck mal, jetzt mal die linke Seite. Ja, du hast mich verletzt. Ja, du hast mich verletzt. Ich weiß nicht. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Oh, um, um, sorry, sorry, I had a, I had a bit to drink, a friend died, they can hear us, you know, they're still with us, if you get yourself home. Nicht das, was wir suchen gerade. Okay, folgen wir mal, John. Kann doch nicht sein, wo sind die? Hinten kennt jemand. Oh, da kommen aber laute Geräusche her. Wow. Ach du Scheiße. Was soll denn? Ja, wo sind die hinter den Dingern? Verdammt. Wo ist der hin? Boah, das ist richtig krass, hier zu kämpfen. Wo sind die hin? Oh, hey. Können die so schnell verschwinden, verdammt. Da ist der eine. Oh, hey. Oh, piss out. Da ist noch einer. Komm, John. Wir holen uns den Spagel-Tarzer an. Spagat-Tarzer an, vor allem. Wo ist er jetzt hin? Wo die verstecken sich die ganze Zeit hier hin? Okay. Verdammte Scheiße, ey. So, Hodentreffer, den letzten. Ja, ich will mal kurz hier nochmal die... Mal gucken, was die so dabei haben, was die vielleicht schon ausgeraubt haben. Dann ist es ja kein Grab-Dieschall mehr. Na, schöner Hut. Aber egal, wir wollen eh neuen kaufen, mal wieder. Insofern egal, egal. Hier, komm. Haben ein paar mitgenommen von denen. Wo sind die denn hier? Wo waren die denn hier? Ja, ja, immer in Ruhe. Da vorne, ne? Ne, hier kommen wir auch nichts. Ist doch nichts. Oh, oh. Ich hör da schon so'n Pfeifen. Wir bleiben bei John besser. Warten, vorsichtig. Ja, wie unauffällig die Eretröte ist, ne? Oh, heikle Nummer. Oh, aber wir haben immer die Beute der Grabräuber. Ja, genau. Geht ihr mal weg. Ist unsere Chance. Komm, John. Komm schon, schnell. Let's get back to Dutch. Okay, die werden uns so schnell nicht mehr Ding festmachen können für die Aktion. Okay. 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 Let's just get back there, collect our side of the deal. You alright? He best not be playing games with us. He almost certainly is. What are you doing? Ja, das sieht doch mal nice aus hier in der Stadt, ey. Jetzt bei Nacht. Nach der Aktion, die wir da vollbracht haben, mal wieder. Junge, Junge, was ein Game. Ich bin auch wirklich froh, wenn wir bald wieder auf dem Land sind. Let's get this done. Woah, woah, woah. Calm it down. Come on, Arthur. Ja, hier gibt's ja bisher keine wirklichen Autos. Die kommen ja gerade erst. Schau mal, wir fährt doch mal auf der Straße stehen lassen. Rossi, ne? Mach's das schon. Ja. 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 Ich seh gar nix. Du bist okay, son? Ich bin gut. Papa Bronte sagte, du kommst für mich. Ich bin... Ich bin sorry. Was für? Für... 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 Wir haben hier nichts zurück. Ich bin am liebsten zurück. I have two pairs. One for day and one for night. Well. I'm just glad you're all right. Oh, yes. I have the best time. But I can't wait to see Mama. Did she miss me? She sure did. Oh! Like you wouldn't know. Real good to see you, Jack! Du auch, Herr Arthur. Hast du die Schmerzen gesehen? Welchen? Auf der Schmerzen. Herr Dutch und Papa Bronte sagten mir. Einfach Mr. Bronte. Ja, ich und dein Paar mit ihnen. Ich sagte ihm, du würdest. Warte, bis du dieses neue Camp. Nicht ein anderes. Dieser hat eine Haus. Nicht so schön wie Mr. Bronte, in dir. Denen ging es ganz gut. Der will gar nicht mehr zurück, der Kleine. Ja, das wird schwierig. In dem Lager jetzt in dem neuen ein besseres Leben zu bieten. Aber wir sind endlich wieder in der Wildnis. Und haben unsere Aktionen dann der Stadt abgeschlossen, so gut wie alles. Werden wir sicherlich nochmal zurück müssen, da bin ich mir sicher. Ja. 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 Ja, ich bin da. Alles! Wir haben ihn! Mama! Er ist gut! Ich bin gut, Mama. Sie haben mich gut. Italienisch. Hast du das immer gegessen? Komm her, du silly boi! Du hast ihn. Du hast mein Vater zurück. Judge, Arthur, danke. Danke. Ich habe mein Vater zurück! Jack, Jack, Jack! Wie geht's dir? Ich bin gut, danke. Danke. Alles ist gut, jetzt. Abigail? Kann ich jetzt spielen? Also? Na, wir treffen uns Herr Bronte. Er ist... ziemlich ein Charakter. Er ist jetzt? Du kennst einen Italiener starken Mann? Nicht außerhalb der Circus. Na, ich erzähle dir alles über ihn. John, du gehst mit deinem Familie. Arthur. Danke. Danke. Jungs, wir haben ein paar Arbeit zu machen. Interessante Arbeit. Aber zuerst, wir haben einen Drink. Wir haben Jack zurück. Na, wir sind sicher. Na, wir sind sicher, danke. Danke, Arthur. Danke, Arthur. Ich verstehe. Ich verstehe. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Na, da freuen sie sich. Was ein geiles Spiel, Leute. Hey, make some room for John now. Come on, are we celebrating for you or what? Come on. Come on, are we celebrating for you or what? Come on. Come on. Come on. Good to have you back here. We've missed you. Hey. Hey. How about a song? How are you? Javier? Play us away. Hey. Hey. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay. Ay. Canta los flores, porque cantando se alegran, cielito lindo de los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ja, sehr schön. Richtig geil, dass sie sich alle so freuen und hier das alles feiern und so weiter Alright, let's give this boy this space See you later Good to have you back, Jackie We missed you Er muss ins Bett Welcome back, Jack Thanks La timas vine llorando Y con la flor del trompillo Come on, how about another one? I'll give you something Thanks, mama Can I play a little? Yo soy como el coyotito Que los revuelco y los dejo Das ist schön, wie die das hier gemacht haben Ich bin sehr relieved, wir alle sind Yeah Thank God, it worked out Welcome back, Jack Thanks, Uncle Jose Well I'll let you fine folks get reacquainted Hi, Mr. Grimshaw Der will gar keinen Feierabendmal machen, aber wir werfen mal einen Blick auf die Karte und dann sehen wir Es gibt eine Mission Oder? Es gibt gar keine Mission im Moment, wir müssen einfach nur Party machen, das können wir, ne? Doch da vorne, hier Ha Beim Professor Das war ja noch diese Nebenmission, die wir noch offen hatten Das können wir natürlich auch mal erledigen Tahiti, dear boy Tahiti If you say so Mangoes, Maidens, Paradise An unspoiled Paradise Yeah, I hope so Faith, Arthur Have a little faith Nach Tahiti will er? Ja, finde ich auch nicht schlecht Anyway, I won't disturb you Alright, Arthur Ja, Leute, ich würde sagen, das ist doch ein guter Punkt, um hier mal ein kleines Päuschen auch einzulegen Are you involved, Bill? I think so Just getting my drink out first Okay Ich würde sagen, da machen wir hier mal ein kleines Stream-Päuschen und ich wünsche euch noch einen supergeilen Tag Vielen, vielen Dank für den Support Und, äh, ja, das mit dem Betrinken machen wir sicherlich auch noch Keine Sorge Und, ja, ich freue mich, dass ihr immer so fleißig dabei seid, hier auch bei Twitch, hier immer mehr werden Und, äh, ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Stream wieder einschaltet Vielleicht dann ja schon morgen Vielen Dank für den mega geilen Stream, Dankeschön an dich, Rossi Danke dir, danke für den Abend Gerne Black Dragon Gerne Gloria, ihr Lieben Vielen Dank, dass ihr am Start wart Danke, ihr Süßen Ja, und ich würde sagen Spielt ihr eigentlich noch Gitarre davor und dann macht der da noch Musik? Da können wir uns ja noch ein bisschen dazugesehen jetzt gerade hier Also, sie machen das Späßchen Vielen Dank, liebe Freunde Und bis dahin. Und bis dahin. Und bis dahin. Das Wettbewerb war lange vor. Oder, was nur entwickelt, um zu machen, um zu fühlen, aus nichts zu machen. Keine Rolle. Keine Rolle. Tide kommt. Tide kommt. Du bist. Du machst. Weil, in-between, you do what you do... Ain't no good, ain't no bad, just... things that make you feel good, or make you feel sad, and just the length of time between being born and dying. That's all there is. Hmm... Ain't no old man judging man, ain't no heaven. Maybe there is damnation But I think I know what that'll be like And I'm gonna be right at home That's it See it for what the hell it is See it for a long time I'm gonna be right at home 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 Untertitelung des ZDF, 2020